Herzlich Willkommen zurück zu Batman The Enemy Within. Wir legen natürlich gleich weiter mit dem Spiel hier. Ich rede aber nicht weiter. Da wo alles angefangen hat. Achso. Was? Nein, ich habe nicht am Handy gelesen. Nö. So langsam habe ich das Gefühl, Batman hat genau die gleiche Stellung wie ich gerade. Er versucht alles mögliche zu machen, macht aber immer alles falsch. Gut, vielleicht liegt das an mir, weil ich Batman bin. Ja, das habe ich auch gesagt. Okay, lass es, Batman. Okay. 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 1,2,3 Das hilft nichts Ich sehe dich Das tut mir auch weh, Hilfe Batemobile, es wird mich nach Hause holen Okay, ich werde nach Hause holen Bitte, einfach da hinten Batman 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 Robin Die 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 Ein Mann In einem Litten Die Frau Ja, das ist vollkommen richtig. Oh Gott. Oh Gott. Wer bin ich hier? Was mit dir? Oh nein, Sugar. Ja. Ja. Oh Gott. 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 Ich hatte zu viel Zeit, zu denken, während du hast du Recovertiert. Beidehung jetzt. All the way up, Batman. Es ist Zeit, deinen neuen Partner zu treffen. Entschuldigung, mein was? Das war dein Geist, liebe. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Er ist mein Partner. Ich bin ein Hesitant, aber ich konnte sie nicht wegnehmen, Bruce. Sie hat dein Geist, deine Passion. Wie wenn du, Batman geworden bist. Das ist eine schwierige Sache, zu sagen. Nach dem Lucius sterben, du sagst, dass wir uns ein Recovertiert haben. Nun haben wir. At least, hör sie her aus. Okay, ich信 dich auf diese Sache. Wenn du denkst, dass etwas wie das funktioniert, dann bin ich bereit zu geben. Mensch. Ah. Mir egal, ich mag dich über das. Entspannteizarung, aber... Du weißt die Hilfe auf das? Und ich versété Sie, das zu Princet. Hör. Nein, 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 nein... nicht, bitte, Mann. Mann. Ich habe ihn nicht gesehen, dass er die Mannschaft von der Weltkriegsagentur. Du kannst nicht in der blinde Hoffnung sein, dass er der Mann, den du schon einmal gewusst hast. Ich habe ihn nicht gesehen. Während du raus warst, habe ich mich auf die Autorität gesucht für Joker und seine Freundschaft. Anhängen? Sohn hat oft erwähnt, dass er Arkham missbraucht. Vielleicht ist er da hübsch. Ich habe das gedacht. Ich habe Angst, dass unser eigenes Drone-Netzwerk umgekehrt wurde, in der Suche der Asylumsgebäude und ihrer Katakunde. Ich habe da so eine Vorstellung, wo er sein könnte. Die Agenz hat den Subway-Lair, den der Paket hat, benutzt. Sie haben nichts gefunden und haben das, was auf dem Boden gelegt wurde. Sicher nicht da hinten im Freizeitpark? Nö, nö. Wie bei der G.C.P.D., haben sie auch andere Lieblingshaunt verabschiedet, die Stacked Deck. Die Interviews dort haben nichts verwendet, außer dem, dass John und ein paar von seinen Regularen, er hat sich für seine cause beherrschiedet, haben nicht die Verabschiedung in über eine Woche oder so gewohnt. Willy Deaver auf der Seite, und das Frank Dumfrey. Willy? Ist das der Mann, der Bain... Waller sette eine Strecke aus der Funhaus, nachdem sie ihren Agenten gefunden wurden. Sie hat Menschen dort, um die Klocke. John hat sich auf den Boden, und in keinen von den normalen Bereichen, die wir wissen. Ich bin fertig. Meine Worte, du hast sicherlich gesehen. Nur warten, bis du sehen, was er kann. Oh mein Gott! Bruce, bist du okay? Keine Worte. Es sieht schlimmer als es. Ja, du hast ihn verwendet, wie das so. Unfortunately. Das? Ist das, was dir immer passiert? Nicht immer. Nicht immer. Nur die schlechten Tage. Jaaa. Aber du brauchst noch eine Maske. Jaaa. Jaaa. Aber du brauchst noch eine Maske. Jaaa. 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 Das sieht aggressiv aus. Jaaa. 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 Na toll. Jaaa. 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 ja gut das habe ich mir so ein bisschen anders vorgestellt aber hey es tut mir ein bisschen im herzen weh das muss ich schon sagen ist enden 1235 nervös isn't everyone before their first crime scene how do you i mean how do we do this watch what i do and keep cool easier said than done you get the hang of it how do i sound that needs some work you'll get it that man i didn't expect to see you here and it is she's with me detective this one and then we're going to give you a lot of time with a while kidnapped and we get in can no one sure whose jurisdiction this crime scene falls under the agencies or the gcpd's so for now let's go ahead and say it's yours all right my people are here to help however they can glad you're here jim i ain't heard technically i'm not here not in an official capacity anyway working outside of the law let me know if you need any pointers after the patch separated joker had to find somewhere else to hide there could be clues here that tell us where that is and where he may have taken waller let's cook so this partnership between you and batman when did that happen it's new so bane's venom his suit was punctured it's everywhere is it useful no not in finding joker i'll add it to ignore on the drone search filters all right and choker wing sitting bitter wing looks like it was crushed is that a footprint it's tungsten steel though hard to break that just by stepping on bane's a big boy remarkable craftsmanship and silver so he's become quite a showman these days johndo doesn't seem particularly crafty well maybe they had a shop class in arkham they don't um um uh 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 Ich kann nicht helfen. Stopp. Was ist unten? Messer. Jokers Messer. Sicher! John Doe dachte, er könnte auf Bane nehmen? Er ist eigentlich nicht so schlecht in der Kampf. Bane's Blut wird uns nicht nach Joker bringen. Blinkgänger? Ah Blinkgänger. Blinkgänger? Ah Blinkgänger. Komisch. von Ya토m cenert. Sind ihr möchtet bei anderen Menschen? Ah thought... Ich earned that photosignate it. Die S zeige ich mich schon aus. Es wurde schon COSTOT Aus gekostet. Buchst du echt? Ohا, ich Remember... IchTom... Meant! Okay, die Killing-Scan. Sie hat auf den besten Ära und damit meine ich nicht mich. Lille Puddin. Ach. Ja. Eben. Hm? Ich habe den letzten Tag verloren. Ich möchte Sie wissen, dass ich mich entschuldig bin. Ich schrauchte, wie ich gesagt habe, als Waller zuerst war. Du machst nur das, was du denkst war, Jim. Du hast nichts zu entschuldigen. Du bist ein guter Mann, wenn du das sagst. Ich habe das auch verloren. Eine Drohne. Was ist das? Halsbandsteuerung. Was ist das? Das kann sein. Hm. Ich bin nicht sicher, ob Riddler möchte das neue Decor. Das ist das Schöker. Ich habe gehört, dass es mit Riddler angefangen hat. Aber er ist schuldig für Waller. Das würde mich nicht überraschieren. Riddler? Aber vielleicht war es immer nur ein Zeitpunkt, bevor er schnappte. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ein Klunker der zu den Händen. W.D. Willy Dieber, der Kroger in Joker. Er war gebetet von Bane. Was hast du so auf sie? Machinier von aus dem Hand. Mit einer historischen Hilfenerung. Er wurde von fast jeder Faktor und Chemikal-Plant in Gotham getötet. Er hat wahrscheinlich ein Trinkproblem. Chemikal-Plant? Huh. Lass mich über die Willi-Devers-Former-Employer mit dem Paint auf Jokers Auto verwendet. Ace-Chemicals! Der Haupt-Plant wurde letztes Jahr gestoppt, nachdem die Stadt sie für mehrere Sicherheitsverlösen verletzt hat. Habe ich ja komplett vergessen. Oh nein! Oh, what? Ich habe alles, was du gefunden hast, bevor ich die Perle-Wines rausknege. In der Namen der Verordnung. Batman, wir haben nicht Zeit, um zu verbrechen mit diesem Clown. Mach Zeit, Copper. Ihr alle, Sie nehmen die Verkaufs von mir. Sie nehmen die Verkaufs von mir, Quinn. Sie nehmen die Verkaufs von mir. Ich zeige euch, wie es hier funktioniert, Fatsy. Das ist Agent Quinn, die Feuer zu verbrechen. Die Feuer zu sein, die Feuer ist angehen. Sie nehmen die Verkaufs von mir, wer hat sie gewählt. Aber ich kann sie nehmen. Und ich weiß, was das alles ausprobiert hat, kann ich nachdem. Ich muss mich dafür beschwertenigen, dass ich den Künstler aus Rabge ausgestanden kann. so I can get back to my job. After all, Johnny Boy and I are due for a nice, long talk. You know him better than anyone. Let's work together on this. Oh, now there's an idea. You can see him up, and I'll knock his head off his shoulders with my government-issued hammer. We're taking him alive. That's so. Your offer just got way less interest in. And here I thought being diplomatic would work with you people. Oh, well, I'll try something you can't understand. Maybe... Hey, you cops can't just shoot people like that. I'm off duty. Hello? What's the girl gotta do to get some firepower in here? I'm not recording, you idiot! Left-down. Abset, it's a line of fire! Don't shoot! I can hack those collars in my sleep. Let's do that, please. Hello? 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 Can you do that now? No? No! Thank you, sir. You son of a... Victoria! Got it, sir. What the hell do you think you're doing? Sending you off to Blackgate, where you belong. Huh! Oh, please! The agency isn't gonna let me sit in a cell. I'm an asset. I'm gonna get what I want, and there's not a damn thing you can do about it! You think you're in control? You'll live the rest of your life under the agency's thumb. No, that ain't how this works. I'm doing this thing on my terms. No one else's. Now tell that to Waller, when she gets back in the office. Go find Joker before he carves up Waller. I'll clean up this mess. Have your people hold back until I call them. Wallers life may depend on a stealthy approach. Batman. Good hunting. Das Ganze eskaliert. Es ist... Wow. Ich hab wieder Mut gefasst. Wie es bei Ace Chemicals weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Batman. Den mir vielen Dank fürs Zuschauen und tschau!